Irgendwann, Irgendwann werde ich's mal schaffen hier am Hauptmenü direkt vorbeizukommen, allerdings nicht heute. So, der Himmel in den Slums, dann machen wir mal weiter. Jo, wo war ich denn genau? Slums von Sektor 7, die kennen wir mittlerweile, das habe ich ja mal beim letzten Mal vor drei Folgen oder so mal vorlesen können, sehr schön. Jukebox, die Bürgerwehr, eine Organisation zum Schutz der Slums, die von ihren Bewohnern selbst ins Leben gerufen wurde. Anstelle des Chandra-Konzerns, der die Slums ihrem Schicksal überlassen hat, wie jedes große Unternehmen das so tut, wacht die Bürgerwehr über das Siedlungsgebiet unter der Platte. Ihr Aufgabenbereich reicht von der Beseitigung von Bestien über das Instandsetzen von Häusern bis hin zur Vermittlung bei Streitigkeiten. Ja, das heißt, die machen also so ziemlich alles. Bringen die auch, äh, Einkaufstüten nach Hause? Waffen! Waffeln stehen würde, wäre das viel besser. Rüste Waffen aus, um den physischen und magischen Schaden zu erhöhen, den dein Charakter verursacht und um die dazugehörige Waffenfertigkeit hin und verstrichen. Äh, mehr darf ich nicht vorlesen. Und, äh, ja, beim letzten Mal haben wir ja hier, äh, eine kleine Party gefeiert. Und mit wir meine ich die anderen, während wir hier an der Bar unser trauriges Dasein gefristet haben. Ach ja, das, äh, Leben kann schon gemein sein. Darf ich jetzt wieder mit euch reden? Bitte? Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Ja, bestimmt. Entschuldige, Cloud. Ich hab grad leider keine Zeit für dich. Boah, so richtig direkt einfach. Wir können gern reden, wenn das hier vorbei ist. Aber, aber... Du hast von uns gekriegt, was dir für deine Arbeit zusteht. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Naja, ich wollte fragen, ob ich welche von diesen, äh, Chips da haben kann oder so. Was ist hier eigentlich? Okay, das sieht irgendwie aus wie Lasagne in so einer kleinen Schale und Lasagne in so einer Popcorn-Schale. Wobei letzteres eher besorgniserregend ist, als Appetit anregend. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Ach komm. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Nein, nein, ich, ähm, geh nur ne größere Runde bis zur Tür. Barrett meinte leider, wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Wir reden später. Naja, aber, äh, tut ihr doch, oder? Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Sorry, wir haben's echt versucht. Hä? Ob man Erfolg hat, wenn's drauf ankommt, ist oft auch ne Einstellungssache. Äh, ja oft, aber, naja. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ja, weiß ich doch. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Ja, deswegen das hier so Tisch Cloud. Ne? Die sind eher so für die Cloud-Lösung. Und, äh, die da drüben, äh, die mögen mich einfach nicht. Ganz besonders die da. Ich würde dich ja gerne zur Feier einladen, aber, komm mich doch mal besuchen. Ich koch auch was. Und stell dir meine Katzen vor. Ja, bitte nicht alles in deinen Topf werfen. Danke. Du hast doch ganz bestimmt auch Hunger. Ach du, du machst dir keine Vorstellung. Komm mich doch mal besuchen. Ich koch auch was. Und stell dir meine Katzen vor. Ja, gut, dann geh ich jetzt. Beleidigt sie von dann. Okay, tschüss. Oh, die lassen mich echt gehen. Was? Ich dachte, die halten mich auf, wenn ich durch die Tür gehe. Aber sie hat gar nichts gemacht. Entschuldigung. So, wer schnüffelt denn hier so rum, hä? Hast du ein Problem? Tja. Ja, ein Problem. Ja, also eins nicht, aber vier. Okay, Waffen haben die auch dabei. Interesting. Bitte beende das Spiel nicht. Wow. Ganz wichtig. Nope. Kann schon sein. Haha. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Aha. Dubioso. Eher lang. Wow, ernsthaft. Ja, weißt du, die sind doch überhaupt nicht zwielichtig. Ach so, cool. Ich hab jetzt meine eigene Labge, oder? Bedrohliche Schatten. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Hm, hm, hm. Gehört vielleicht dazu. Aus dem Weg. Verpiss dich. Tut mir leid. Ja, direkt erstmal einen Eindruck machen. Hey, was glotzt du denn so? Schaut mal, ich hab neue Freunde. Die anderen wollten mich nicht haben. Oder, Boss? Hm. Was ist los? Unser Boss ist nicht zimperlich. Haha. Komm ich besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Äh, äh. Äh, äh. Mein Gott, selbst die Nachmacher war schlecht. Wenn die Vorlage, wenn das Original schon scheiße ist, dann, äh, ne? Äh, ja. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorhers zumindest. Wow, ernsthaft. Ich bin eigentlich auch zu zweit, ne? Also ich und mein, äh, Schwert auf dem Rücken. Was theoretisch auch eine Person sein könnte. So groß wie das ist. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit. Oh, da bin ich gut. Wofür mach ich wohl dieses Videos? Wow. Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. That's not a knife. That's a knife. Aus schweite. Ehe, ich bin ganz weh. Ehe, ich bin ganz weh. Ah, übelst du, ist war einfach... Hallo? Was war das? Achso, hatt' ich ja gemeistert. Nice! Ja, und jetzt Spaß. Oh, ich hab' mehr Spaß. Shit! Au! Ey! Au! Okay, dann noch mal. Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehren, ja? Äh, nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgen. Ja, hast zum letzten Mal. Was? Ich mach' ein Fächer! Irgendwie finde ich das immer noch fies, dass der dann aus der Offensivholzung rausgeht. Oh, kann ich das analysieren? Erstmal die Halle unten analysieren. Ich glaub' da weiß ich aber schon, was ich davon kriege. So, wirksam, Feuer. Okay, eigentlich ist so ziemlich alles gut gegen Feuer. Äh, andersrum. Äh, Feuer ist so gut gegen alles. So, äh, ein auffällig gekleideter Mann, auf dessen Sachen, auf dessen Sachen Drachenebleme prangen. Ähm... Er scheint in den Slums von... Er sagt er sie immer umzustifeln, um Informationen über etwas zu finden. Zwei. Senken seine TP, nimmt er Aufputschmittel, durch deren Wirkung er nicht so leicht einzuschichteln ist. Im aufgeputzten Zustand für den Angriff füllen nicht länger seine Schockleiste. Okay. Aufgeputzten Zustand. Äh... Wieder. Alles im Griff. So sieht man sich wieder. Los geht's. Jetzt leg die Päckchen. Kein Problem. Kann ich mich doch irgendwie... Ne, kann ich... So, du... Ja, schweiß mit Granaten. Scheiße. Training werden nicht? Was will ich hierher wohl von Barrett? Na ja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Wow, er hat sich mal was gemerkt. Drohlich Schatten. Äh... Momentchen. Mo-mentchen. Erstmal... Boah. Noch zwei Punkte. Wenn ich... Wenn ich mich jetzt eh hinhau, dann krieg ich die auch wieder zurück. Das nochmal eben einsetzen. Äh... Nice. So. Gar keine Verluste mehr für die Menschheit. Schade. Hä? Schade. Moment. Mo-mentchen. Nein, nein. Ups. Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Na ja, die Lage ist... äh... Komische Leute von... äh... Shinra greifen an. Okay, dann immer noch das Gleiche. Sicher sein könnte, dass er irgendwas anderes hat. Nope. Aber... Dann hohe ich mich jetzt erstmal hinten. Was? Die Typen... Jetzt zu Ende. Was würd ich nicht nehmen, um so stark zu sein wie du? Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken. Der hat kurz einen Prozess mit den Ratten gemacht. Aha... Mal hat sich mal wieder aus dem Stab gemacht. Und... Nope. Ach so! Okay. Da bist du ja endlich! Hab dich schon vermisst! Ja. Genauso hätte ich jetzt auch reagiert. Mindestens. Ja. Genauso hätte ich jetzt auch reagiert. Mindestens. Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Aber... Hast du's dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache... Muss aber unter uns bleiben. Okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja. Ja. In Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sag ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den hab ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also... Hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Ach, wie könnte ich denn da Nein sagen? Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit. Beschwörer Materia. Ah, das sind also die roten. Das hab ich jetzt auch mal kapiert. So, die Beschwörer... Ne, mit Beschwörer Materia kannst du mächtige verbündete sogenannte Esma herberufen. Die gibt's doch auch in... Sorry für meine Unwissenheit, aber... Die gibt's doch auch in jedem Final Fantasy... Oder? Oder? Naja. So, Esma können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materia löst sich dabei... Ne, löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esma beschwört werden. Ähm... Tja, ich schwöre. So. Schwörer Materia werden in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Das macht doch Sinn. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Dann nehm ich einmal die eckige Zahnpasta hier mit. Und das was irgendwie... Äh... Naja. Ja, zwei Tuben... Zwei... Tuben Zahnpasta. Mein Feuerlöscher nehm ich mit. Dann nehm ich noch eine von diesen Kisten mit. Die Brotdose. Und meine Würde lass ich hier. Äh... Okay, dann also doch nicht hinhauen. Aber es ist hier auch noch nicht... Äh... Nacht. Bist du bereit? Naja, es ist, äh... Nachmittag. Guck mal, wenn ich jetzt auf Nein klicke, ne? Lass dir alle Zeit der Welt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier auf dich zu warten. Hättest du wohl gern. Hau rein und pack deine Sachen. Hä? Ich hab da jetzt gerade keinen Sarkasmus rausgehört. Okay. Dann hau ich mich doch mal kurz hin. Äh... Jetzt hab ich so schon spät. Ich hab dich. Ja, Tür geht erstmal zu. Ist ne Automatiktür. Ah, erstmal schon das Kraftnickerchen. Äh... Ja, kann ich mich bewegen? Äh, weiß ich nicht. So. Äh... Nope. 37 MP mittlerweile. Okay. Ach, du wartest immer noch hier. Ja, schade. Es sind, äh... 8 Stunden vergangen. Bist du bereit? Jo. Okay. Komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähl auf dich. Ey. Wenigstens stimmt der Lohn. Sagst du. Ich kann ja so ein kleines Chameleon beschwören. Ein Cloud für alle Fälle. Ernsthaft. Stellar Apartments. Stellar Apartments. Der Name eines kleinen Mietshauses in den Slums von Sektor 7. Die Vermittlerin Mahle ist eine Unterschützerin der nicht vorzulesenden Texte. Hä? 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 Äh? Äh? Hä? Äh... Sagt nicht ich hab selbst gespräche geführt oder so klar dass man vor so einer aktion noch mal die eltern sehen will nicht wahr Ihr habt mich erwischt und so dreist wie wir nun eben sind Sind auch drei Mit eingeladen wo wir doch selbst keine eltern haben Leben deine noch klappt Nein Okay Oh das ist ja auch Das ist ja auch überhaupt gar nicht gestagt und so nein nein So ein zufall dass wir uns aber heute alle hier treffen Die explosionen reaktor ein war viel zu stark Das lag doch an marco gasen war es nicht so gewesen Ja das habe ich zwar gesagt doch ich glaube es war in wirklichkeit meine schuld ich habe viel stärker Sprengstoff benutzt als in meinen Plänen stammt War wohl keine so gute Idee Klar kennt sie allerdings nur die halbe Wahrheit Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen Also will ich mir eine von Shinra leihen Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher oder? Naja jetzt bin ich ja schon mal hier oder? Naja jetzt bin ich ja schon mal hier oder? ID check yes Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden Wird Alarm ausgelöst Ganz genau Ernsthaft? Na super Ach kein Problem wir haben ja klein dabei Ja natürlich Ok bremsen Ja gab viele Motorrad einsetzen Nicht dass du mir mit einem Haken Schlatterling in den garten Zauber Nichts werde Sie nach vorne wird in die Schicht Zauber tipp Ok schlagen kann ich auch Einmal nach links aber nach rechts Oh ja ich hab Bock Oh ja ich hab Bock Meine Güte Ja So du hast doch bestimmt keinen Bock mehr uns zu folgen Danke Ciao So Ok ich kann nichts Gas geben und gleichzeitig Ich äh Ich schütze Ich schaue Ich schaue Ich schaue Achso Ja cool Nein 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 Einfach Motronox Gas-Tress Achso das Motorrad Achso ja ok Wurf Au Au Great cut up Der lente Kälter Na ja Nein, das klingt ja nicht klar! Dein Ernst? Bitte überraschen! Sicher ist sicher! Oh, wir sind dann hin. Ah, komm! Okay, einfach weg. Du bleibst nicht so schnell! Komm, das ist sicher! Dein Ernst, das ohne Hilfe! Wir wollen das! So, noch einer ohne Fahrschein? Äh, Führerschein, meine ich? Warum? Ja, genau, blitz mich mal! Ja! 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 Oh, okay! Ich will nicht sagen, aber fahren wir nicht einfach die ganze Zeit im Kreis? Ey! What the actual... Verstanden! Soll das heißen, er kommt? Stefan! Das liegt aus dem Weg! Sonst fährt er uns gleich mit über den Bauch! Ja! 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 Ja, ja, crap! Da zieht es ihm das Motorrad und seine Füßen weg, so! Ernst hab ich. Ich heiße nicht! Tschau! Wir beide sind auch noch da. Ja, ja. Das ist wieder einer mehr. Zwei mehr. Ja, klar. Ja, er bin dabei. Der Torwart wird leider nicht schneller als 30 gefühlt. Was ist denn hier los? Das will nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso haben Sie... Ach, dieser... Tunnelpergerstle... Ja, hör. Okay, was ist das? Ach, dieses ehrliche Lache... Dieses... Ehrliche Lache dabei. Moin. Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Na, auch da sprichst du mit einer Lady? Ah, wie so praktisch. Darf ich mich einklinken? Oh, nicht, was? Na gut. Wie wär's stattdest mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wen denn sonst? Oh, ich verziehe. Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam! Deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer gibt es hier? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute werden mich loschen! Die Tests bezeichne mich als einen Geschwindigkeit-Juggy! Ja, mit dem Gesicht am schnellsten... ...wieder auf dem Asphalt. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Ja, kann doch dann auch sehen. Was ist denn jetzt? Ja, so, zur Hälfte, glaub ich. Ein Tanz auf dem Eis! Was? Ja, okay, die Kamera bewegen könnte ich auch, so niedlich das auch ist. Au... Ah, komm. Klaus, gib Kott ran! Ja, würde ich ja. Irgendwie komme ich da nicht ran. Das schwirr ist mich einfach nicht. Aha. Wollen wir langsam einen Gang herherschen? Aber ich hab nur einen... ...daneben! Ja, ich hab schon gelangt schon! Interessant. Was macht der Schiff? Der hier nicht kommt, scheint sich nicht zu schnappen. Gar nicht sehen. Ich sehe Potenzial und Liebe zum Motorrad. Noch, noch! Wärst du nur, statt das Waren zu leben! Ich will kein Überleben, danke. Ah, Mann. Ist weit näher als nur ein Transformers. Nicht gerade, aber etwas. Ja, die Physik macht er auch nicht. Au. Das erinnere ich doch an was. Ja. Das erinnere ich doch, noch. Ja. Das ist ein Verkaufbewegungs... ...und die Physikmination. Das ist ein Verkaufbewegung. Das ist ein Verkaufwe� ischen. Das erinnere ich auch, dass wir in den Angriffen gefordert haben. Das ist ein Verkaufbewegung. Das ist ein Verkaufbewegungsverkauf. Oh, ja, okay. Dann übertreiben wir jetzt halt ein kleines bisschen. Ich entschulde immer das zu ihm. Wahrscheinlich ein Blitzkurs. Ja. Jetzt geht's heiß her! Hast du genug? Noch lange nicht, als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessrangle triumphieren! Nein, wie ist das? Ha 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 ha! Okay. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenkst du mal! Der nervig Eingesichtete! Höhepunkt des Kampfes! Vorerst. Nächstes Basten. Tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-jah-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht? Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen? Dann fällst du runter. Sehe ich etwas zerbrechlich auf? Äh. Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Fast. Wer ist um mich geschehen? Die ist auch einfach... Reingelegt. Ei. Ja, Persönlichkeit haben die alle. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Und Treppen. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Jetzt wollen die, dass ich hier wieder laufe. Äh, nee. Nicht rumtrödeln. Aber, aber... Ah, okay. Geil. Und noch mehr Treppen. Ihr macht mich fertig. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Mhm. Äh, ja. Passiert hier noch irgendwas, oder? Magic. Die drei von der Tanke. Guck mal, wenigstens der Wedge wartet auf mich, ne? Die gute Seele. Die anderen so, ja, tschüss. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's, dank den Makro-Reaktoren, eigentlich immer ganz gut. Okay, das lassen die Kommentarlos da stehen. Ich finde ja trotzdem ganzen... Äh, Beton-Overload. Hat die Stadt doch irgendwie was... Ja, schon irgendwas Schönes tatsächlich. Ah, wenn jetzt hier wenigstens so ein paar Bäume stehen... äh, stehen würden. Komisch das... Au. Katze. Ja, das sind doch die gleichen Poster, die, äh, tiefer bei sich da in der Bude hat. Und sehr normale Häuser, möchte ich schon fast meinen. Ja, schlicht und einfach. Okay, das ist also das Leben auf der Platte. Die kennen nicht die drei. Hey, was ist das denn? Stamp supports our troops. Okay. Hier greift so ein bisschen der Japan-Faktor, denn irgendwie konnte man schon sehen, so die haben irgendwie so für jede Region immer so ein Maskottchen, könnte man schon meinen. Na, du siehst die Dinger da halt auch überall. So, der mit, äh, Knuffigkeitsfaktor 5000. Sieht aus wie so ein riesiger Motor, irgendwie. Seht mal, das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie in Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Aber, weißt die, dass ihr bei Avalanche seid? Ich will bei Avalanche sagen, aber tatsächlich nennen die das selbst so. Mein Gott, ey, du bist ja depressiv, wenn du hier nichts Grünes siehst. Die Fußgängerüberwege sind auch da. Ja, gut. Vor allem, dass alle bis an die Zähne bewaffnet sind. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Rein mir das doch nicht unter die Nase. Tschüss. Boah, das ist echt gemein. Midgar-Spezial, die hört sich schon nice an. Ja, für dich gibt's nur die Wand. Die Wand und den Mond. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleicht dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Ach, du dicke Katze. Ach, du dicke Katze. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Du musst noch am letzten Wächter vorbei. Na dann. Jetzt geht die Bossmusik los. Don't do the cat. Ah, da ist ja mein Schirm. Ich würde ja mal sagen, mit, äh, mit, mit ohne Schwert würde ich es sicher besser klauen. Aber naja. Ist ja eh alles nur geklaut. Geklaut? Haha, ha, ha, ha. Oh. Verdammt, ich hab nicht zugehört. Was hat sie gesagt? Ey, ich hab nicht zugehört. Sie hat mir das gerade gesagt. Ich hab das nicht. Ach. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Okay, ich kann nur durch die eine gehen. Wow. Glück gehabt. Ich hab einfach komplett nicht zugehört. Wir machen ordentlich Krach und versuchen meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Der ist wahrscheinlich hier. Ach so, aber schön den, äh, neuen damit beauftragen, okay? Ah, dann durchführen wir mal andere Leute Häuser. Deren Ernst? Jetzt vom Essen zu reden. Wow, die haben sogar Bilder von den Katzen gemacht draußen. Den Brief lesen. Natürlich! Ist ja nur privat. Lieber Papa, liebe Mama. Oh, so vorgelesen. Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich hab es geschafft. Ich hab im Goldsauce eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Jessie. Ach cool, da sind noch Bilder von ihr. Boah, das ist also so mit so einer Detailverliebtheit richtig gut. Ja. Wird ja auch erwähnt, dass sie mechanisch sehr begabt ist. Als Mechanikerin sehr begabt ist. So, eher. Jessie. Ich bin mir sehr sicher. Das muss eine andere Person sein. Wir klauen den Leuten das Bett unter dem Hintern weg. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Klau. Mitarbeiterausweis des Shinra-Konzerns. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ach, komm. Bin fertig hier. Mhm. Na gut. Ist noch irgendwas sehr Persönliches von denen, was ich hier noch nicht entdeckt habe? Ah, wenn die Kleptomanie mal wieder greift. Tschüss. So. Was ist denn jetzt mit der Mitka-Spezial? Ah, das riecht so nach Pizza. Würde ich sagen, wenn ich mich da wahrscheinlich aufhalten würde. In real. So. Ciao. Ciao. Tja, gut fühle ich mich jetzt ja nicht. Oh, klassisch. Sehr klassisch unterwegs. Ich habe eine Frage. Wie haben die das denn geschafft, da einzupacken? Das wäre erledigt. Ach so, das ist ein Tor da, ne? Okay. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Oh, die Pizza. Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Äh. Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal. Du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Nein. Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Oha. Oh je. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut. Gehen wir. Nein. Ich gehe allein. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen wollte. Das heißt, sie heißt Raspberry mit Nachnamen. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Durch Pizza. Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst. Du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast erfasst, du Vorzeige-Wix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wen? Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal, wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals und Bein pro. Oh ja, wahrscheinlich beides. Das ist richtig. Und hier ist es auch schon. Du hast ja Jesses Vater gesehen, oder? Ja. Du hast ja Jesses Vater gesehen.